So, und damit herzlich willkommen zurück zu Back to Saturn, äh, Back to Saturn X, nein, ja, das wollen wir haben. Gucken wir mal, wo wir waren, Level 14. Achso. Oh, Alter, hieß ja kein Nachladen. Oh, danke schön. Kann ich gar nicht mitnehmen. Oh. Achso, siehst du, ich wollte mal gucken, äh, Print Inventar, ob wir jetzt mittlerweile unseren Cash-Bonuswert zurückgesetzt haben, hatte ich ja damals, glaube ich, getan, die vier Cash, nein, ich weiß auch gar nicht mehr, wie das Ding hieß. Äh, 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 Man, die vier, ach, Flash-Procent-Bonus, gut, okay, haben wir zurückgesetzt. Sehr schön. Dankeschön. Speicher nicht vergessen. So. Oh. Fuck. Kann ich gar nicht hin. WTF? Halleluja. Okay. Oh. 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 Fuck. Hä? Wie bist du? Gut. Ach man, ich versuche immer wieder nachzuladen. Ist das Bullshit. Wenn man jetzt zur Zeit Doom vor Doom spielt, dann vergisst man nachzuladen. Uah. Scheiße. Und wenn man dann wieder, nach einer Weile wieder Doom vor Doom spielt, dann vergisst man, dass man hier nicht nachladen braucht. Das ist so Bullshit. Warum kann ich einfach alle mit Nachwarn spielen? Dafür erstens realistischer und zweitens schöner. Und drittens stöner. So. Oh co. Ach komm. Das ist ein Papier. Oh. vor allem was mich hier gerade an dem vor tun so ein bisschen so wundert ist hat ja gar keinen rückstoß also die wäsche link gar nicht ab wenn man mehrfach schießt was war denn da die gar der ist in die kacke gestruggelt was ein opfer so können wir mal gucken nach abgabe ich bin ja gar nicht mehr wie es geht so helfen aber hat noch ein Maximum. Graf, das können wir jetzt auch mal holen. Oh, ja gut, wohl auch nicht mehr. Oh, ja. Ah, fuck. Oh. Hey, komm nicht mehr hoch. Äh, das tut doch hier. Okay, ich weiß auch nicht mehr ganz kurz. Mal schauen, wie kann man mich denn da helfen? Alter, ich wollte nicht ganz haugutig sein. Oh, Alter. Fuck. Dankeschön. Ihr verbiegst du, biegst du. Fuck. Direkt wieder eingelassen. Oh, Alter. Ja, ich bin da gar nicht. Woher hättest du? Ah! Hier ist so biegst du, biegst du. Digga, warum kann man so nicht schlagen hier? Was ist denn los? Ach, nö. Digga, jetzt reicht's mir langsam. Komm. Ach, das ist doch scheiße, das ist doch Bullshit. Nee, du. Das ist nicht mehr, das ist nicht mehr korrekt hier. Oh, das gibt's doch ja nicht. Jetzt ist doch, nein, nein, nein. Denn man kann ja nichts machen. Kann man nicht rauf? Nein, kann man natürlich nicht. Okay. Einfach ignorieren. Yay. Nein. Nein. Oh Mann, was ist denn los? Geht doch. Nein. Oh, Alter das ist richtig biel. Nein. 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 Die. Nein. Oh, der ist weiter, Ehren. Nein. Was. Wut. Aber, kommt die echt nicht auf? Doch, kommt man... Häh? Ich verstehe die, das ist hier nicht mehr. Oh Gott. So. Dankeschön, Dankeschön. Wo bin ich jetzt hier? Heldwald, wo bin ich nochmal? Da muss ich hin. So. Achtung. Achtung. Fuck you. Egal, wieso trenne ich mich eigentlich nie, wenn ich hier schieße? Ist doch nicht mehr normal. Ich bin hier nur noch am flüchten. Naja. Hat er doch echt auf den Impel geschossen, oder was? Ach Gott. Hä? Zoom. Ja. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ah, damn Oh Oh, das gibt es gar nicht There So Das halten wir Oh, das ist gar nicht Ah, gut, gut Oh, das ist gar nicht Oh, das ist gar nicht Oh, das ist gar nicht da Die schieben doch schon wieder alle Das sind voll Oh, das ist gar nicht ganz Ich weiß nicht, dass ihr irgendwo vor einer seht. Hier ist ja keiner. Hier suche ich mal eine Spinne. Ah, dort hätte ich was. Ah. Ich höre ich jetzt noch gerade so, wie er so nicht so dichter muss. No clue. So, was sind wir untergegangen? Ah. Hä? Ach. Hä, will ich jetzt hier weiter? Warte. Hier ist gerade schon wieder schon was zu blöd, oder? Da, ja, das ist gut. Da, ja, das ist gut. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Okay, also nochmal da hin. Ach ja, wirklich so fängig. Hauptsache es macht mir Schmerzen. Oh, hier ist doch nichts mehr. Leute, wir können es nicht mehr mit dem Ding sein. Also, wir können es nicht mehr mit dem Ding sein. Wir haben die blaue Karte, aber warum komme ich da hinten nicht rein? Hä, jetzt komme ich hier rein? Immer richtig gerade verarschen. Wo habe ich denn die blaue Karte jetzt gerade her? Ich habe keine blaue Karte, ich habe keine blaue Karte. Ach, hm. Okay. So. Lass mich einfach mal speichern mit dem Ding. War das nicht gemacht, oder? Alter, wieso rieche ich hier eigentlich nichts? So. Habe ich die Karte jetzt bekommen oder nicht, oder was? Ach. Vor allem habe ich doch gerade versucht. Oh, jetzt geht's. Immer wieder alle fahre aus. Oh. 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 Okay. Okay. Perfect. So. Jetzt mal gucken, ob es hier weiter geht. Also erstmal nehme ich... Achso. Ich bin bereits voll, was das angeht. Oh, ich kann mich sogar entscheiden, was ich nehme. Was willst du? Achso. Ja doch, ist es wahrscheinlich schneller. Oh, jetzt brauche ich den gelben. Werden denn doch wieder irgendwo versteckt? Da hinten ist ne Tür. Oh. Aber ich sehe gerade keinen. Beide weg. Kops ja nicht. Nein. Ah, das ist doch witzig. Ist das doch. Das ist doch vom Tod lachen. Nein. Danke sehr. Das ist doch hier. Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist nicht hier, dann kommt man zurück. So, muss reichen. Gut. Hier bin ich falsch. Okidoki, soviel zu dem Thema. Dann würde ich mal sagen, Schaum mit Farben.